So, und als ich gerade gesagt habe, wir machen weiter mit dem Interceptor und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed. Beide ich das in der nächsten Kopf-Folge, ich spreche in der übernächsten Folge. Heute machen wir mal wieder ein bisschen Racer-Action, wenn dann irgendwie noch was frei ist gerade. Ich sehe nämlich gerade nicht, dass da irgendwie noch was wäre. Hier ist ein Rennen. Das war heute mal aufnehmen. Let's go. Starten wir mit Bumblebee. Heute wieder ein bisschen Racing Racing. Auf, auf. 17,1 Kilometer ist das. Es ist nur, dass das Rennen so safe, wenn er die ersten drei kommt. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht geguckt. Aber ich habe mir das mit dritter werden müssen. Jetzt stärken wir mal wohl, bitte. So, Einheiten brauchen wir, äh, beziehungsweise, verfaustig sind wir, haben wir gar nichts. Brauchen wir auch nicht. Ja, ich habe momentan aber auch kaum ein Nitro, dass ich da irgendwie, ich weiß, was werden kann. Momentan zu warten. So, P4, ja. Wenn wir den Anfang nicht gebremst hätte, so krass, dann wäre das wirklich durchgekommen. Das hast du clever gemacht, du vollidiot. Wenn wir gebremst sind, würde ich da nochmal reincrashen, oder was? Boah, fau dir mal ab. Dann fünft da. Ich sollte mal irgendwie eine Möglichkeit haben, wieder ein bisschen reinzufangen. Das ist voll. Boah, fau dir mal ab. 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 Ja, klar. Ich sollte da irgendwas durchkommen. Ach, da sind wir, acht Autos sind momentan, also gesagt, ich muss mal jaden. Und da noch neun Kilometer Zeit. Das fällt mir ein bisschen reinzuholen. Verschwinge. Boah, Alter. Es ist keine Chance, sich momentan um die Zeit zurückzugehen. Weil der da vorne auch, der erste ist weg. Das ist klar. Der erste, weil man das Ding nicht vollkriegen hat, sehr wahrscheinlich nicht, weil der so übel weit weggezogen ist. Weil ich damit auch nicht nur, ob ich gleich mal hier rumschlagen muss. Ich schenke hier mit einer fünf, sechs. Das wird so mal. Jetzt gehe ich mal vielleicht auch vier vor. Und jetzt muss ich mir versuchen, wieder ein bisschen ins Feld zurückzukommen. Das heißt, am Ende ist der Drittplatzierte schon mal. Jetzt sieht es gerade hier den Korb ab, wie der da vorne ist auch. Der kleine Pumpe. Das ist dieser Alpha, der mich eben schön auf der Autobahn weggebremst hat. Das erste Mal, das wird jetzt vorgenommen. Jetzt drei und da vorne ist schon der Zweifelzieher. Aber der erste, der da vorne wegzieht, der ist definitiv weit weit. Das sieht man. Nur in elf Tagen ab. Der ist durch. Und wir werden wahrscheinlich maximal Zweiter werden. Ich habe da ein bisschen die Trelle. Ja gut, der hat es aber Haus hoch, weil die Haus überlegen. Zweiter. Und wenn wir noch Silber. Naja. Besser als nichts. Momentan läuft es, was Gold betrifft, nicht wirklich. Aber der ist ein aller Ding, wo wir den Rezeptor, wo wir den Lambo geholt haben. Aber sonst haben wir eigentlich bisher heute so wirklich kaum was auf die Reihe gekriegt. Das ärgert mich gerade so ein bisschen. Aber nicht ändert mal. Nein. Aber eigentlich müssen wir es machen. Ja, ich glaube, das ist das Einzige, was wir noch haben. Ich gucke gerade mal durch. Aber ich glaube, das ist das Einzige, was wir noch offen haben. Ja, ich will das nicht fahren. Da sind sie wieder alle böse zu mir. Na, da sind sie wieder alle böse zu mir. Aber gut, okay. Wir müssen es leider irgendwo fahren. Das kreift uns im Ärger nicht. Aber dann versuche ich mit dem Interceptor. Ja, mit dem Moment. Hä? Warum ist er rausgegangen? Du hättest auch drin haben können. Gut. Dann machen wir mal das letzte Rennen jetzt. Ja. Na, fahren wir mit Camaro. Nein, irgendwie bringt der BMW ja nicht allzu viel Glück. Aber wie gesagt, das ist, denke ich mal, das letzte Rennen, was wir heute fahren. Ich hoffe, dass wir das diesmal auf die Reihe bekommen und nach vorne gehen. So, okay, los geht's. Dritte haben wir jetzt mal wieder haben, auf jeden Fall. Und das hoffe ich, dass wir das diesmal auf die Reihe bekommen. Warte nicht. Alle kommen sie durch. Ich wieder nicht. Mal schwinde mit deinem Scheiß-Mustern, Mann. Geh mir den ja auf den Sack. So, gehen wir mit dem spielen. Das war der Mustang. Einheit verloren. An alle. Ich bin der Stoß in der Sackle. Verfolgung ist unterwegs. Klar doch, ohne Probleme geht es noch mehr vorbei. 10 Kilometer, Mann. Na, geht doch zur Weifelskriegstie. Das macht gar nichts. Pseendorf Sind die Fahrzeuge erreicht? vernünftig? Erfolge mit dem gelben Chevrolet. Alle Einheiten, was ist hier? Die Lichter sind in der Licht. Alle Einheiten, aufgepasst! Ich lasse ihn aus, nicht schlecht! Ich helfe uns nicht, komm! Die Waffensysteme aufgefallen. Die Stürme. Die Stürme. Die Stürme. Wie cold! Die Stürme. Geht ihr beide mir auf mit'm P- Salter? Die dieses renn ist einfach verflucht dieses renn ist verflucht in der wälle komme ich nicht durch wenn ich mein erster ich krieg es nicht hin ich krieg es nicht hin immer wieder ich kriege ich kann bock auf die scheiße jedes mal die gleichen grün ich brauche mich nagelmann stufe 2 sagen es gibt noch dabei das nervt mich gerade extrem weil ich da einfach nicht weiterkomme ich habe keine es nervt mich extrem weil du bist da hast eine riesen chance das ding zu gewinnen fürs vor der lake und wir kommen der regelmäßig nur auf dich drauf warum auch das könnte ja könnte auch klappen weil nein nein wir gehen einfach mal allen mann drauf na gut jetzt mache ich feiern wir sind so nix zu verlieben dazu sehr auf ich riebe mich jetzt schön auf